Das Team bei Canon Österreich ist, wie vorher schon erwähnt, für mich eher wie eine Großfamilie. Ich kann es beurteilen, ich habe selber sechs Brüder und eine Schwester. Wir sind sehr mannigfaltig in unserem Team. Wir haben eben Kollegen mit speziellen Aufgaben. Dadurch sind wir praktisch mehrere Teams in einem Team. Eigentlich ist das Verhältnis sehr kollegial, sehr freundschaftlich. Man unterstützt sich auch bei der Preisfindung, bei der Preisgestaltung, bei gewissen kniffligeren Fällen. Viele Mitarbeiter sind mittlerweile zu Freunden geworden. Es passiert sehr viel auch außerhalb der Arbeitszeit. Es gibt von der Firma geförderte Laufgruppen. Es gibt Yoga, das von Mitarbeitern organisiert wird. Es ist aber auch so, dass Leute gerne Karaoke singen gehen ab und zu einmal. Zum einen hatten wir erst am Montagabend ein gemeinsames Abendessen mit einem Teil des Teams. Die Kollegen kannte ich bisher auch noch nicht, wurde ihnen vorgestellt. Es war sehr schön, dass man eben auch mal in privater Atmosphäre zusammensitzt und die Kollegen eben außerhalb der Arbeit kennenlernt. Das Verhältnis zur Führungskraft, also jetzt zu meinem direkten Verkaufsleiter ist sehr gut. Wir haben ein sehr offenes und freundschaftliches Verhältnis. Wir sind auch partout. Er unterstützt mich eigentlich im gesamten Verkaufszyklus. Er fährt mit mir zu Kundenmeetings mit. Er unterstützt mich bei der Preisgestaltung. Er setzt sich auch voll für mich ein und ist auch sehr kompetent. Das Verhältnis ist sehr kompetent. Das Verhältnis ist sehr kompetent.